Jetzt kann ich noch mal gucken bei meinen anderen Sachen. Schutz 2 auf Helm, das mache ich. Du kannst auf Prod 3 gehen. Auf Chessplate am besten, weil ich hab ein Prod 1 Buch hier. Also wenn du deinen Chessplate gestartet hast. Nee, noch nicht. Aber ich kann das zum Schutz 2 Buch schon mal machen. Ja, mach. Und dann benutzt das dann, wenn du eine Chessplate hast, am meisten Durability, die würde ich als erstes auf Prod 3 bringen. Moin my Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Titanium mit Thomas und ich würde sagen wir join drauf in 3 zu 1. Und ja. Wievielte Folge ist das jetzt? Die sechste müsste das jetzt sein. Ja. Wir müssen jetzt nicht vor, weil es ist sowieso selten, dass immer keiner drauf ist. Ja. Ich lass mal gucken, ob hier noch Äpfel sind. Die hier liegen. Ich seh bis jetzt nur diese Saplings. Links. Ah, hier ist einer. Ich auch. Einfach weil ich das Blatt abgebaut hab mit der Hand während ich auf dich warte. Jo, ich find hier nichts mehr. Wo bist du? Ich bin weit Richtung 0-0 gelaufen. Wir sind ja schon ziemlich nah und ich hab halt ein bisschen... Äh, 0-0? Ich glaub da ist nicht das war nicht. Irgendwas bei Linus in der Folge hab ich irgendwas gesehen mit 0-300 oder keine Ahnung, dass ich mich verhört hab. Ich kenn mich aber auch so 0-Koordinaten aus, also... Äh, wo bist du dann weiter gelaufen? Ich bin einfach gerade, ich bin jetzt... Ja, ich bin jetzt bei 0-0, das ist nicht das Warne. Slash Spawn kannst du auch nicht machen. 0-300 sagtest du. Äh, irgendwie sowas. Ich bin gerade bei 5-220 da, wo wir die Bäume abgebaut haben. Okay, dann... Lauf du mal zu 0-300. Ich kenn mich halt... Ich kenn mich halt damit nicht so krass aus, aber ich glaub ich lauf in die richtige Richtung. Schade, kein He-Hei-Tränke. Die hat die Witch gedroppt. Weiß nicht. Noch ne Witch. Die töt' ich auch mal schnell. Die da mit Skidro. Ja, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie die Quartz gehe, also... Wie das mit den Quartz funktioniert, so krass. Du läufst einfach in die Richtung, wo die da hingehen. Ja, bei mir bin ich schon bei Minus und, äh... Dann bist du... Ja, aber ich... Ich finde den richtigen Weg jetzt nicht. 0-300 ist es nicht. Ich kann mich... Ich kann mich kurz einfach noch bei uns in der Folge schauen. Ja. Oder ne, scheiße, weh. Ich bin ja nicht, ähm... Ich hab ja nicht Quartz aufgemacht. Naja, bei mir sieht man das auch nicht. Dann lass uns da mal ein bisschen rumlaufen, vielleicht finden wir hier was. Naja. Scharfe oder so. Ich hab Zoperer jetzt bekommen. Ah, Lull. Hi. Ach, da bist du. Ich hab's nicht direkt mit dein Charm-Tap an Bogen. Nicht geklappt. Ja. Creeper. Das sind so viele Hexen. Ist Feuer riesig erlaubt? Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken, aber nimm's einfach mal mit. Einfach ohne Benutzung. Ja. Auf was? Auf Trank... Trankfeuerschutz. Ich weiß es nicht genau. Nur ne Kuh. Weil den hab ich... Einfach von der Hexe getroppt bekommen. Töt auch die Kühe hier. Ah. Ich töte die einfach mal so auf, wenn du den Dings da hast. Und braten. Da drüben sind so viele Monsters, ja. Wie groß ist denn dieser Spion? Wo bist du denn hingelaufen? Ich bin einfach nach Westen ein bisschen gelaufen. Wo wird ein Dings angezeigt? Ähm, unter den Koordinaten, unter dem Chunk ist die Richtung. Ich hab'n Schaf. Oh lol. Also mehr nach Südwesten etwa so. Ich kill' hier ein paar Mobs gerade. Ja, ist einfach nicht verkehrt. Alter, dieses Baby-Ding da nervt. Hallo. Ist einfach gar nichts getroffen gerade. Guck mal nochmal ein paar Level. Da vorne ist auch Zuckaroa. Der hat sich einfach mit seinem eigenen Vollgeld getroffen. Lost. Llamas? Nee. Alter, warum... ...finden wir hier keinen Spawn? Da ist wenigstens eine freie Fläche. Ein kleines Biom. Aber ich glaub' das ist viel zu weit weg. Schau's Creeper. Ah, hier ist die Border. Dann weg davon. Ja, wenn nicht. Also bei... bei... Minus 500 bei der X-Koordinate ist die Border. Klar. Klar. Oder Minus 600. Essensprobleme sollte ich eigentlich nicht mehr haben. Da ist wieder Zuckerrohr. Ich hab' geblockt. Ich hab' geblockt. Hier ist ein Cobblestone platziert. Hast du das? Ich platzier öfters mal auf Cobblestone. Theoretisch kann ich das... Also bei so nem Schneeberg war das. Keine Ahnung. Platzier. Irgendmal Cobblestone, um mich wo rüber zu fahren. Klar. Da ist noch mal Zuckerrohr. Was sind deine Chores aktuell? Äh... Minus 50... 600. Okay. Meine sind... Minus 200 und 550. Ja, dann sind wir ja nah aneinander. Oh, hier ist ein Enderman. Bring den mal auch grad kurz um. Ja. Nichts gedrofft. Nichts gedrofft. Schade. Ich find die ganze Zeit so viel Zuckerrohr. Ich farm aber grad die ganze Zeit ein paar Skelette für Pfeile. Ich hab 21 Pfeile jetzt schon. Okay, jetzt wird's wieder Tag. Oh. Was, du siehst mich? Ja, ich bin neben dir. Ah. Skelett mit Leder, was soll? Ich hab den Bogen gedroppt, nehm ich mal mit. Nice. Ich seh den Spawn. Nice. Und da sind Schafe. Nice, dann lass da hin. Ich lauf dir mal hinterher, wo du da hingelaufen bist. Da sind so viele Schafe. Du bist so weit weg. Gerade. Also, du warst grad echt weit weg. Von dem, was ich gesehen hab. Ja, ich bin ein bisschen schräg gelaufen. Ja, ich seh es. Ich wollt die Schafe unbedingt. Ja. Jetzt mach ich mir dann. Haben wir Gold gebraten? Äh. Ne, dann machen wir... Was? Ne, dann machen wir uns dann den Backpack. Oder ist das nur ein Secret? Ich weiß nicht. Mal gucken. Ne, ist das... Ist nicht der Spawn, aber es sieht da aus wie ein riesen Secret. Aber ist schon abgebaut. Ja, trotzdem gucken. Da sind Red Stuntruen. Da sind Blue... Ich baue die einfach mal ab. Die Red Stuntruen sind alle leer. Ja. Ja, schade. Hier ist es auch noch voller. Können wir uns hier auch noch mitnehmen. Ja. Ja, könnte man... Okay, da ist nichts. Ich dachte schon, dass der Spawn, hm? Hm. Okay. Ja, das finde ich ganz so unproduktiv... Ja. ...sinn... ...stell ich hier mal den Ent... Schaun... Äh, den... Die Licht kommt zu dir. Aber hier sind noch Schafe. Kannst du ja auch noch mal mitnehmen. Für das ist das Feuerding. Wie teuer ist ein dicker Backpack? Zwei Leder. Ich habe uns mal drei Backpacks gemacht. Ja. Da kannst du auch bisschen Stuff reinpacken. Also... Und dann... Ich mache uns noch zwei Parachutes, okay? Ja. 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 Titan Dias... Das Zuckerrohr... Das... Gold... Das sind meine Bücher. Ich mache... Kannst du mir deinen Apfel geben? Ja, ich mache es in Save-Up. Mache ich nämlich zwei DIA-Äpfel, okay? Achso, du hast mehr. Ja. Zwei DIA-Äpfel für so drei. Ich versuche meine Bücher. Ach, hier. Ich habe sie hingeschmissen. Ähm, ich habe... Ich gebe dir mal die zwei. Dann haben wir beide einen Gap und einen DIA-Gap. Ja. Dann fucke ich hier noch Leder rein. Die Fäden. Dann fucke ich den Anvil. Das sind alles in dem großen Backpack. Der andere große Backpack. Dann fucke ich den Notfall sowas. Ich bekomme nur Schutz 1 auf die Teile. Soll ich mal versuchen? Äh, ja. Also bevor es diesbomb gebe ich dir dann Parashoot. Schutz 1 bekomme ich auch nur. Schade. Okay. Okay. Was mit der Hose nochmal? Schutz 2. Ja, nice. Schade. Und ich könnte nochmal Chess-Pack probieren. Haltbarkeit Schutz 1. Schade. Ich baue mal hier ab. Ja. Hacke Gold und so wieder in den... Schutz 1. Oder Schärfe 1 auf dem Buch. Ähm. Das billigere würde ich machen. Wir brauchen Hose-Pack. Wird ein Schärfe. Dann versuche ich nochmal die... Brustflötter. Ne. Endlich leer. Nochmal Bücher ausprobieren. Stärke 1. Genau. Zum Crap Enchanten nimm einfach... Bögen. Mach dir Bögen. Die Strings sind dann in dem... Linken Backpack, glaube ich. In dem linken Backpack? Im Safe Inf. Hm, ja. Okay. Ich hatte schon ein bisschen... Davor. Vier Sekunden haben wir noch. Oh. Okay, scheiße. Ich konnte den Ding sicher bauen. Hoffentlich ist da keiner. Ja. Okay, das war's für der Folge. Bis zum nächsten Mal. Und, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.